Hallo ihr, na, glotzt ihr wieder meine Videos? Habt ihr nichts besseres zu tun? Fuck yes, genau, richtig so, immer schön weitermachen, perfekt. Heute gibt es eine entspannte Runde Team Deathmatch auf Nascha-Kanäle. Und da werden wir mal ein bisschen Schrotflinten-Action machen. Wieder mal auf verstrahlte Kerlekinder, also wie gesagt, wenn ihr mal gegen mich zocken wollt, dann joint einfach mal auf dem Server, vielleicht bin ich ja da. Und dann geht's los. So, und wir nehmen hier das. Und wir nehmen den Spaß. Ja, wir nehmen den Spaß. Los geht's. Action. Okay, der erste Mord ist tot. Gut gemacht. Ah, fuck, da kommt ein Sturmsoldat von weitem. Wo sind die Schweine? Wir gehen mal hier hoch. Ich hätte nicht so hingekommen, welche. No, der schuckt mich runter. Wow. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, jetzt mal in der Scheißposition. Ich bin da komplett alleine. Woopsa. Wo ist der Typ hin? Wir gehen hier hoch. Ah, fuck, da. Die haben da oben eine Sniper sitzen. Das ist natürlich scheiße. Was ist das? Wo müssen wir uns denn jetzt? Wir gehen mal gucken, ob der noch da ist. Aber wenn der echt entspannt da oben oben snipet, dann könnt ihr auf Dauer haben. Das kann ich ganz schön merken. Bei der Wahrheit nämlich gerade. Kann wohl nicht sein, dass er hier komplett in Ruhe snipen kann. Was soll denn das? Das ist ja noch fast nur wichtiger als auf die Container hochzuklettern, was ich gerade gemacht habe. Okay, der ist tot. Das Ende direkt über uns, das Ende direkt über uns. Wir müssen ja irgendwie weg. Ah, scheiße. Jetzt wurde von hinten abgeschossen. Dammit. Ja, Schrotflinde ist schwieriger als gedacht. So. Assi-Technik. Ups, da war einer. Da war einer, aber die Distanz ist zu weit. Kommt der raus, kommt der raus, kommt der raus. Egal. Klettern, klettern. Ganz entspannt, Leute. Oh, da kann man die Fluchtkirchen nicht mehr. Ja, ich habe einen Soldaten. Grenade! Blöde, blöde! Das war's! Ich bin gut. Du schützt sie alle. Ich schütze sie nicht. Ich schütze sie! Du schütze sie. weg so und klettern aber da sitzen jetzt wieder die Sniper das ist natürlich scheiße wow tsch da wäre so ein bisschen gedacht oh 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 Handwaffe for the win komm wir sollten mal nachladen und action 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 wo ist die action bam in dein Gesicht man Granada Granada haben wir nicht da gehen wir nicht lang lauf 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 Leute go 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 und flattern und hoch hier und jump ist hier irgendwo einer fuck 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 wir wurden entdeckt wir wurden entdeckt wir wurden entdeckt ah das ist jetzt ein Lack oder hätte ehrlich gesagt nicht gedacht dass wir da rauskommen da waren aber jetzt scheinbar gerade alle da den kill muss ich so hinnehmen den death random granate wow da oben hoch wow abtackt ah scheiße okay jetzt häuft sich das gerade ein bisschen das nervt der hat mich schon dreimal gekillt der assi und spawn da war einer da war einer da ist einer feindkontakt kein feindkontakt na lauf man mach den weg frei hier und klettern ach man okay jetzt konzentration jetzt sind wir dreimal am stück verreckt jetzt wird es langsam scheiße und die runde ist gleich vorbei wir könnten mal was versuchen was sehen wir hier da war dann mal keiner wow granate sind wir daran noch verreckt ich hoffe mal nicht jetzt sind wir dreimal am stück am ende verreckt das war scheiße aber wir haben gewonnen mit einem score von 14 zu 5 ja das ist ganz okay das ergebnis und ich mach fix nen cut weil ich weiter aufnehmen will bis zum nächsten video ciao